schönen guten tag falk schönen guten tag sven ja hallo hallo falk schacht ist deswegen jetzt mit dabei weil er mich auf das über was wir jetzt sprechen hingewiesen hat in schacht und wasabi war das hast du das erwähnt ja du hast das quasi entdeckt und ich habe dann daraufhin bei i love graffiti einen beitrag geschrieben dazu und aufgrund dessen dass wir über ingrid so heißt nämlich das projekt ist ein vorschuss projekt für ja sven wie sagt man für graffiti writing oder wie wie genau nennt ihr das ja schon für graffiti genau also wir schauen uns alle formen an aber der schwerpunkt ist schon graffiti writing könnte man sagen ja genau und ich glaube ich weiß nicht genau ich hatte mich dann doch etwas kritisch geäußert und daraufhin hattest du mich angeschrieben ja genau das war glaube ich eine podcast folge glaube ich da kam ingrid glaube ich so ein bisschen kritisch weg und dann genau das klang so ein bisschen als hätten wir keine ahnung von dem was wir tun und dann wollte ich mich einfach nur mal nur mal zurückmelden genau das ja dann sind wir irgendwie ins gespräch gekommen und wollten mal eine folge aufnehmen genau also mal generell vorab ich habe nicht gemeint dass ihr keine ahnung habt ich habe nur generell nicht verstanden wie das praktisch quasi genutzt wird dieses informationssystem jetzt also was ihr da mit den daten eigentlich so richtig macht wo die daten herkommen und so weiter da kommen wir jetzt noch drüber sprechen aber für mich ist noch und für viele andere auch unklar was was genau passiert da in diese innerhalb dieses informationssystems crafty in deutschland nämlich dafür steht ja ingrid dann am ende genau das kernziel ist eigentlich dass wir eben graffiti der wissenschaft zur verfügung stellen wollen also du kannst dir ja vorstellen wenn du über graffiti forschen willst dann brauchst du erst mal irgendwie eine datensammlung gesicherte daten du brauchst gute daten qualitativ hochwertige daten und wir haben halt relativ viele also sehr viele sogar sind jetzt glaube ich bei 150.000 fotos dokumentiert und die sind halt in einer datenbank stehen die zur verfügung und das ziel ist quasi dass jeder der wissenschaftlich zu graffiti arbeiten möchte mit diesem bildmaterial eben arbeiten kann und das wunderbare ist dass wir nicht nur fotos haben sondern die sind halt auch schon annotiert und verschlagwortet das heißt du kannst halt nach bestimmten sprühern suchen du kannst nach tags und pieces suchen du kannst auch nach der farbe nach der technik suchen und je nachdem was irgendwie dein forschungsinteresse ist kannst du dir dann material in der datenbank anzeigen lassen und dann damit ja eine qualifikationsarbeit schreiben eine hausarbeit schreiben eine facharbeit in der schule schreiben das ist so das kernziel also das kernziel ist nicht selber zu forschen zunächst sondern eben daten der forschung zur verfügung zu stellen und eine systematik haben wir halt auch entwickelt eben diese schreibungskategorien das gab es vorher auch in der wissenschaft noch nicht und das ist so das hauptziel dass wenn du halt irgendwie lust hast wissenschaftlich zu arbeiten mit graffiti dass du irgendwie eine datenbank hast mit der du arbeiten kannst genau falk wie bist du eigentlich darauf gestoßen also wie bist wie hast du es gefunden also ich glaube ich bin über einen artikel gestolpert oder jemand hat mir das zugeschickt ich habe manchmal sozusagen extra augen die mir dann sachen zu schicken die sie selber interessant finden und der meinung sind das könnte eine sache für den podcast sein dann habe ich mir das durchgelesen und irgendwie relativ schnell habe ich dann rausgefunden dass ich jemanden kenne der da arbeitet ich habe nämlich mal mit jemandem namens kat spencer schallplatten aufgelegt und habe auch vorher schon irgendwie zwei drei jahre vorher seine machwerke entdeckt im speziellen sind das sehr nice und interessante und spannende mixtapes in denen man in dem man sozusagen obskure deutsche funk und soul sachen und so und überhaupt so vocals hat die halt amüsant sind und dann habe ich den kat spencer angeschrieben habe ihn gefragt hier bist du das und stimmt es und kannst du mir ein bisschen was und dieser wissenschaft sektor jetzt anfängt mit hip hop zu beschäftigen in unterschiedlichen disziplinen kulturwissenschaften ist relativ logisch aber es hat ja auch soziologische umstände und so weiter also da geht immer mehr und ich war halt hoch erfreut dass es so etwas gibt ohne und das muss ich dann zugeben irgendwie deep dive da ganz rein machen zu können weil dafür bin ich zu sehr schuldabbrecher und braucht dann mehr zeit und braucht ansprechpartner mit denen ich reden kann und so genau aber als generell so fand ich das halt spannend kat spencer bist doch du es mir ja genau das bin ich genau so haben wir uns halt kennengelernt wir waren irgendwann mal zusammen auf einem beat fight glaube ich in hamburg und haben dann später auch mal zusammen in bielefeld aufgelegt also wir kannten uns vorher schon und ja dann hat falk mich halt eingeladen zum schacht wasabi podcast ein bisschen was zu sagen über unser projekt und genau so lief das dann weiter okay dann eine frage die mich tatsächlich am meisten interessiert ist alle fotos die ihr in eurer datenbank habt wo kommt wo kommt die her das sind ganz unterschiedliche bestände also wir haben tatsächlich sehr viel material von der polizei zur verfügung gestellt bekommen das lief dann vorher schon bevor dem eigentlichen projekt start hatte unsere projektleitung dann sich mit einzelnen kommissariaten getroffen und es gab damals das angebot diese fotos halt wissenschaftlich nutzen zu können und sind halt sehr wertvolle bestände weil die halt auch wirklich systematisiert sind man hat den aufnahme ort man hat das aufnahmedatum und wirklich gesicherte daten die man sonst wenn man irgendwie eine sammlung auf suchen würde das nicht unbedingt hätte also die bilder waren einfach verfügbar und die würden sonst auch gelöscht weil die fälle halt alle irgendwie abgelaufen sind und werden dann einfach vernichtet worden und so hat man halt ja unglaublich großen und systematisch gut hinterlegten bestand aber dann haben wir auch ja die sammlung die sehr sehr wertvoll ist von dem volkskundler ich weiß den kennst du vielleicht peter kreuzer das ist ja so einer der wichtigsten glaube ich frühen ethnologen und wissenschaftler kann man auch schon sagen der war auch an der uni die sich mit graffiti beschäftigt haben und der hat ja anfang der 80er so 83 84 in münchen alles abfotografiert und das war ja auch wenn man sich in deutschland mit graffiti auskennt so eine der städte wenn es um das frühe graffiti geht und das sind halt wunderbare fotos es gab ja vor kurzem auch so eine so ein war das ein klick klack verlag so eine veröffentlichung mit wo einige bilder auch drin waren und das ist wirklich hoch spannendes material also wo man halt erste bilder von lumit sieht wo er noch ganz andere sachen gemalt hat und wo sich graffiti in deutschland gerade erst entwickelt und ja das material haben wir halt auch und das ist halt hoch ja hoch spannend einfach also da ist wissenschaftlich halt auch noch nicht gar nicht viel eigentlich zu veröffentlicht auch zu dem ja der entstehungsgeschichte in deutschland halt es gab jetzt diese wunderbare reihe von euch da also rise of graffiti writing wo das so ein bisschen aufgegriffen wird aber das noch wirklich mal auch vertiefend wissenschaftlich zu untersuchen wie das in deutschland eigentlich entstanden ist und da ist halt dieses material von peter kreuzer halt wirklich sehr sehr viel wert sag mal es wenn ja wenn ihr also ihr konzentriert euch als projekt hauptsächlich auf diese bilder richtig ja also es geht es geht um die fotos das heißt ihr gibt darüber hinaus noch dinge die ihr sammelt und dann digitalisiert und verschlagwortet und es geht auch um identifikation im sinne von dass man überhaupt sachen in den hunderttausenden von bildern wiederfinden kann genau aber geht es über die fotos hinaus also bisher haben wir uns wirklich nur auf die graffitis selber halt konzentriert weil das auch schon so unglaublich viel arbeit mit einschießt und du stellst ja quasi auch wir sind ja von der dfg gefördertes projekt das heißt die bezahlen uns dafür dass wir das tun und da musst du halt dann dinge auch festlegen und in diesem projektantrag stand halt drin dass die bilder erfasst werden dass die annotiert werden dass die gesichert werden das ist quasi das wofür wir bezahlt werden und gefördert werden eben die bilder zu sichern natürlich haben wir auch eine unglaubliche das hatte ich dir damals auch erzählt eine positive rückmeldung eine welle an leuten die uns material angeboten haben wir haben auch noch eine große sammlung von einem ja auch von seinem spotter halt bekommen der uns auch dann da waren auch so zigarettenschachteln mit graffiti drauf da waren zeitungsartikel drin und ja wir sind ja jetzt zum glück für drei weitere jahre verlängert worden und vielleicht schaffen wir es dann auch ja neben den fotos noch mehr mit einzuarbeiten aber wie gesagt der schwerpunkt liegt zunächst auf der erfassung und der annotation der bilder weil da haben wir wie gesagt auch noch also wir haben jetzt 40.000 annotiert und haben insgesamt 150.000 jetzt schon im bestand und wir kriegen eigentlich wirklich noch mehr angeboten aber das schaffst du halt zeitlich gar nicht ne okay aber das heißt das heißt ihr selber ihr habt nicht noch mal für euch ein ein eigenes eine eigene aufgabe darüber hinaus also anders formuliert es gab ja weil du hast vorhin von münchen erzählt und den anfängen und da gab es ja auch ich war ich kriege den namen jetzt nicht mehr ganz zusammen aber so dieses diese dieses netzwerk das damals auch schon gegründet wurde das european graffiti irgendwas wo es auch darum ging aus münchen heraus wo es auch darum ging aufträge zu haben und ich war irgendwie sehr erstaunt als ich das mal gelesen habe dass es das schon so früh gab aber es ist nicht so dass ihr so etwas zusammenstellt sondern ihr liefert im grunde das basis material wo dann andere kommen können und dann eben da gucken können was dazu passt und wie das zusammengefügt wurde und so weiter richtig genau also wir haben auch jetzt schon unterschiedliche forscher die dann auf unsere datenbank zugreifen zum beispiel der ulrich blanché der interessiert sich für frühe stencil arbeiten wie ist eigentlich stencil wie ist das entstanden seit wann gibt es das und der hat dann quasi einfach mal unseren münchener bestand durchgeschaut nach bestimmten bildern ob das da auch vorkommt oder ne leute die alt irgendwie bilder von dem und dem künstler suchen und dazu eine arbeit schreiben genau die kommen dann zu uns und dafür ist es eben da eben die quasi die datenbank zu durchschauen zu durchsuchen finde ich da was ich suche genau dafür dass eigentlich so unser kernziel eben graffiti der wissenschaft zur verfügung zu stellen gibt es da schon konkrete forschungsergebnisse aus dieser datenbank heraus es gibt tatsächlich schon zwei qualifikationsarbeiten die die abgeschlossen sind es gab einmal eine kunstwissenschaftliche arbeit von heidi pfeifenberger die sich mit der mannheimer szene auseinander gesetzt hat unser großer bestand ist ja quasi mannheim gewesen so das von 98 bis 2010 glaube ich ungefähr die hat sich dann ein bisschen mit den künstlern eingesetzt auch mit mit ombre und gizmo und so hat interviews geführt und versucht so ein bisschen den mannheimer stil halt zu beschreiben was für den besonders ist eine zweite qualifikationsarbeit war tatsächlich in der sprachwissenschaft von julia radke die ist jetzt auch vor glaube ich zwei oder drei wochen rausgekommen die hat sich mit namen im graffiti auseinander gesetzt wie man die sprachwissenschaftlich beschreiben kann hat da so eine kategorien auch aufgestellt und die ist jetzt auch ja veröffentlicht worden es gibt auch ganz viele viele aufsätze bereits in der linguistik von professor dr top hinke und martin pappenbrock die auch aufsätze dazu geschrieben haben da ist schon einiges auf jeden fall veröffentlicht findet man auch eine übersicht findet man auf unserer homepage auch von der universität paderborn wenn man da auf ingrid kommt dann weiter kommt man auch zu den ganzen publikationen die es schon gibt also kann man sich da herunterladen vieles ist online verfügbar nicht alles es gibt aber auf jeden fall auch frei verfügbare artikel martin pappenbrock hat auch etwas zur frühen geschichte von münchen in artikel geschrieben der ist glaube ich auch soweit ich weiß frei verfügbar die kann man sich genau die kann man sich auf jeden fall jetzt auch schon durchlesen und genau die sind schon verfügbar jetzt weil du hattest ja vorhin vorhin gesagt es gibt da diese serie die wir gemacht haben und darüber hinaus müsste man noch mehr ansätze finden die genau das eben dokumentieren und eben auch erklären was damals passiert ist und wie das passiert ist und wie wir eigentlich dahin gekommen sind wo wir heute sind mit der ganzen graffiti bewegung was genau meinst du damit also darüber speziell um die punkte darüber hinaus ja was ja sehr spannend ist dass das graffiti in den 80ern ja auch noch sehr sehr politisch war und was ich halt auch interessant finde es ist es gab schon sehr viel graffiti an der wand wenn du jetzt mal so keine ahnung jetzt veröffentlichen liest dann klingt das immer so ein bisschen als wäre quasi in den 80ern wären alle wände blank gewesen und dann kam wildstyle raus und dann plötzlich boom ging es los so aber es gab auch schon ganz viel graffiti die punks haben gemalt die politischen ja gruppen waren aktiv und wie sich daraus dann quasi eine eigene form rausgebildet hat und das sich vielleicht auch gegenseitig beeinflusst hat so das fände ich halt super spannend zu untersuchen okay also ihr trennt das quasi nicht weil das diese graffiti bewegung die jetzt quasi aus new york kam also zu dem zeitpunkt was du jetzt meint mit wildstyle und so weiter das trennt ihr jetzt nicht von all dem was davor eventuell passiert ist in hamburg schon in 60er 70er jahren und so weiter das das fließt alles mit ein in die forschungsarbeit ja es hat sich also wir trennen das schon also wir unterscheiden jetzt zwischen dem was aus new york kam diese klassischen styles und so wenn man jetzt graffiti zum beispiel jetzt einfach darunter fasst was alles was an der wand steht und dann guckt wie sich das vielleicht auch beeinflusst hat ne also man es steht ja irgendwie quasi in der tradition es hat sich ja auch irgendwie daraus vielleicht entwickelt und zumindest dass man nicht sagen kann dass irgendwie vorher noch nichts da war und dann plötzlich so weiß ich meine und es hat sich ja auch also auch stark verändert also wenn man sich die frühen bilder an anschaut die haben ja auch noch nicht ihren namen gemalt sondern die haben irgendwelchen namen aus aus oder begriffe aus wildstyle gemalt es gibt ganz viele pistas stehen einfach dj breakdance street dance und auch sonst ziehen bild einfach kopierten einfach den namen nachgemalt und so und wie sich dann daraus aber so eine eigene szene entwickelt hat so das nachzuzeichnen fände ich auf jeden fall aber ist das ist das dann so dass ihr tatsächlich trennt zwischen einem hip hop writing und einer einem nicht hip hop writing also weil du hast davon gesprochen dass es ja es wird ja auch verschlagwortet und so weiter und so fort wenn ich jetzt sagen wir mal in eine stadt gucke hamburg ja ich gucke mir hamburg an wie geht ihr mit os um das wäre einfach ein tag wahrscheinlich bei uns in der datenbank dann geben wir halt den namen ein also du könntest dann nach dem kürzel ost halt suchen und dann halt den typ also wir haben jetzt auch nicht alle typen die man im graffiti vielleicht unterscheiden können sondern also die basis kategorien wie peace tag und so und danach könntest du dann suchen und also ich frage deshalb weil ich finde genau wie rené das glaube ich wahrscheinlich auch gemeint hat mit der frage ich finde das halt interessant weil ich im musiksektor zum beispiel viele sachen in den 80ern finde wo graffiti erwähnt wird in der musik aber man sich fragt wieso gerade diese person darüber spricht also es geht dann rocker punks und popmusiker oder sogar ich habe sogar ein nicht hillbilly sondern wie nennt man noch mal rockabilly rockabilly genau teddies und rockabillys ich habe einen rockabilly song gefunden also 50er jahre rock aber eben in den 80ern gemacht die über graffiti ist der hit in der city singen ich gehe davon aus also der ist ungefähr von 85 dass die schon style writing zu dem zeitpunkt ein bisschen kannten aber ich habe zum beispiel einen song von 1980 von rheingold der heißt graffiti und er singt halt aber schon darüber dass graffitis also dass die stadt so grau ist und dass graffitis die stadt ja bunter machen und ich habe mit dem herrn dann auch mal ein interview geführt und er bezieht sich nicht auf new yorker style writing sondern eher auf das politische graffiti und deswegen also finde ich das spannend und interessant weil ich glaube dass das also man kann dinge entstehen ja am ende nicht komplett in einem luftleeren raum sondern es man hat einflüsse eben links und rechts und deswegen finde ich das spannend aber ihr unterscheidet das nicht extra sondern das heißt so ein nicht hip hop graffiti wäre dann in den datenbanken einfach auch mit drin und ich kann darüber stolpern richtig genau du kannst zum beispiel auch nach themen suchen das heißt wenn du zum beispiel musik eingibst dann kriegst du dann ganz viel tupac graffiti und was man halt alles an der mal wand gemalt hat du kannst nach themen suchen und dann kannst du es halt wieder unterscheiden aber guck mal es gibt dieses eine piece mit den grabsteinen habe ich rené letzt mal als ich hier zu gast war auch schon mal voll gequatscht dieses piece mit den grabsteinen wo janis joplin wie er ist noch mal der sänger der doors jim nicht jim jamush sondern jim morrison und jimi hendrix waren glaube ich auch noch auf dem grabstein und das waren halt alles so rock ikonen und ich habe das gesehen und fand es halt ungewöhnlich wieso das ist doch graffiti ist doch hip hop wieso sind auf den grabsteinen aber nur rock namen drauf das habe ich zu dem damaligen zeitpunkt nicht so richtig verstanden aber das heißt ich könnte über die verschlagwortung dieses bild raussuchen richtig und dann finden und genau das ist genau das ist irgendwie das tolle halt was wir auch anbieten dass wir nicht nur die fotos hochladen sondern dass wir die verschlag worden damit du halt genau solche anfragen dann eben stellen kannst wenn du dich speziell irgendwie für die fragestellung irgendwie musik im graffiti interessiert kannst du dann das thema musik auswählen und dann werden dir halt ja bestimmt 100 120 bilder angezeigt wird quasi wird quasi nicht unterschieden das habe ich ungefähr jetzt mal generell so verstanden dass nicht das generell alles von euch ins archiv kommt was mit der sprühdose an der wand oder wortel gemacht wurde genau werk man könnte ja auch sagen man könnte ja theoretisch auch sagen wir machen jetzt so irgendwie qualitativ kriterien und sagen wir nehmen jetzt nur die richtig guten dinger mit rein aber nee wir nehmen halt wirklich alles auf was was wir halt in diesen beständen haben auch bei peter kreuzer das sind teilweise halt auch einfach besprühte autos mit dabei und leinwände aber ich denke das kann irgendwie auch später einfach noch interessant sein diese fotos halt zu haben und jeder kann dann ja selber entscheiden womit er arbeitet wenn er dann sagt so das und das das interessiert mich nicht das ist für mich nicht graffiti dann ja dann kannst du dir das quasi auch sortieren kannst eine mappe anlegen dann die bilder die du irgendwie erforschen möchtest dann sammeln halt genau ich frage nur deswegen weil was du vorhin erwähnt hat ist ja ich würde jetzt einfach mal behaupten wir haben während wir gedreht haben für die serie wirklich die die meisten ersten graffiti writer in europa getroffen das heißt bando schuh 3d in bristol das sind so wirklich die lume von mir aus auch das sind so die allerersten gewesen die irgendwie in der form also wenn wir von der graffiti writing bewegung sprechen subway art bewegung dann sind das die ersten in europa so mir ist nirgendwo außer vielleicht ausnahmefall schuh in amsterdam wirklich eine schnittstelle bekannt zu all dem was davor passiert ist mit punk und so weiter also das heißt das ist völlig losgelöst entstanden von all dem was davor passiert ist mit sprühdose in europa du hast aber jetzt gesagt dass sie sich gegenseitig beeinflusst haben hast du auch gerade eben gesagt wie hast du das genau gemeint ja sich zumindest wenn du jetzt von außen drauf schaust und dir das material ansaust sind die grenzen nicht so klar wie es vielleicht jetzt in der in der szene oder von von innerhalb jetzt gesehen wird also gerade wenn du jetzt in der wissenschaft auch versuchst kategorien aufzustellen und die bilder irgendwie zu sortieren dann ja ist das die sind die merkmalheit nicht immer so so eindeutig dass du das unterscheiden kannst so meine ich das eher genau okay für mich nicht also ich habe mich im vorfeld mit ich weiß nicht ob dir so du hast gerade schon spotter angesprochen zum beispiel es gibt bei uns tatsächlich in deutschland so ich würde mal sagen eine handvoll leute die schon 20 30 jahre lang fotos machen und das auch akribisch archivieren ich habe jetzt in irgendeiner presse mit irgendeinem artikel ich weiß nicht mehr wo es war gelesen dass ihr generell davon ausgeht dass es zwar täusche leute gibt aber dass denen meistens immer gesicherte informationen zu dem fehlen was sie da machen also sprich jetzt locker die lokalisierbarkeit und datier sind die datierbar die bilder und kann dann um die überhaupt wissenschaftlich zu untersuchen dem würde ich jetzt einfach mal widersprechen weil es gibt in berlin zum beispiel oder in frankfurt leute die das wirklich genauso wie ihr also vielleicht sogar noch akribischer ablegen seit vielen jahren und mit knopfdruck findest du zum beispiel in oden piece von 1995 mit sogar wo das war und so weiter zu den zu den zu den spottern kann ich vielleicht noch sagen dass die die bilder ja also das gibt auf jeden fall spotter die das auch richtig ernsthaft verfolgen und das systematisch bearbeiten aber der unterschied ist ja dass unsere bilder halt wirklich der wissenschaft zur verfügung stellen das heißt du kannst damit auch arbeiten du kannst die in der publikation kannst du die abdrucken und ja die sind durchsuchbar also ich glaube auch auf jeden fall genau wie du dass ich habe auch einige kennengelernt und auch schon selbst was die graffiti oma in berlin macht wir waren bei der zuhause die er versucht auch einigermaßen die hatten einen eigenen rechner noch in der ecke stehen und hat da auch eine echte excel tabelle angelegt wo dann quasi die aufnahmedaten drinstehen und der ort und auch noch ja wer es gemalt hat und so also es gibt auch viele viele die die auch so in die richtung arbeiten aber unsere bilder sind halt wirklich ja wissenschaftlich nutzbar du kannst die abdrucken in deiner publikation und die sind systematisch erfasst alle gleich und das ist schon schon auch einen mehrwert auf jeden fall würde ich sagen aber wäre das wäre das eine option jetzt zum beispiel jemanden wie fotos wenn in berlin der pro jahr so um die 25.000 fotos macht und die auch so der hat ein eigenes system entwickelt da ist ja selber irgendwie programmierer oder informatiker irgendwie sowas ist ja da hat ein eigenes system entwickelt und seit 25 jahren kannst du da jedes piece abrufen was der fotografiert hat und das sind relativ viele könnte man nicht solche leute in so ein projekt involvieren das heißt man erweitert die datenbank und involviert solche leute gleichzeitig mit mit was sollen die sonst mit den daten machen außer dass den extrem viel spaß macht das zu dokumentieren weißt du dem moment wäre ja tatsächlich mal zum allerersten mal eine ausspielung von denen was die seit jahrzehnten machen möglich weißt du so ja das ist witzigerweise genau das was wir gerade vorhaben oder auch planen also wir neben dem projekt ingrid sind wir gerade dabei so einen antrag für so ein bürgerwissenschaftliches arbeiten zu schreiben wo es genau darum geht so ein open archive ja weiterzuführen und wo dann quasi leute von außen auch ja ihre ja ihre ihre experten wissen einarbeiten können oder auch material einarbeiten können also das ist auf jeden fall langfristig die idee also die ersten drei jahre waren jetzt erstmal kategorien aufstellen datenbank füttern und langfristig ist es auf jeden fall geplant das zu öffnen und auch weiter noch mit ja mit leuten aus der szene eben zusammenzuarbeiten wie geht ihr denn mit material um also einfach ein gutes foto wo aber sonst erstmal nicht so viel zu bekannt ist ist das dann für euch ein wertloses foto oder was macht ihr damit also wie meinst du das nicht zu erkennen ist jetzt wenn das foto jetzt das foto ist schon gut und du kannst schon was das foto ist gut aber du hast keine keinen kontext also der der typ sagte ja das habe ich 1987 oder vielleicht auch 85 da und da aufgenommen und ich sag mal so aus meiner erfahrung heraus mit vielen menschen wenn sie erinnerungen aus ihrer jugend und teenager zeit abrufen da verrutscht schon mal durchaus was und wird vermischt was macht ihr also mit so einem foto wo die datenlage eigentlich außer das foto selber sehr vage ist oder gar nicht vorhanden also wir haben auch immer die möglichkeit wir haben auch so offene textfelder wo du halt genau solche informationen dann noch dazu schreiben kannst du hast auch schon mal ein foto wo die postleitzahl nicht dabei ist oder das aufnahmedatum und dann schreiben wir da halt dazu dass das aufnahmedatum halt nicht zur verfügung steht also es gibt auch schon fotos die die in der datenbank sind die jetzt nicht alle informationen im enthalten oder manchmal ist man sich halt auch unsicher man kann es nicht genau lesen wir haben uns auch schon hier mit 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 volker hier ein weiter aus paderborn schon mal ins büro gesetzt haben wir auf pizza und bier eingeladen und bilder auch mal zusammen angeguckt und da kommt auch immer viel viel wissen dann auch noch zusammen wenn man ja sich mit der szene noch mal selber hinsetzt und bilder ansieht also es gibt viele möglichkeiten dass irgendwie ja das zu umgehen okay also das heißt ihr braucht schon immer eine datensituation am besten und ansonsten wird es halt schwierig kann ich kann ich auch nachvollziehen das heißt mit eurer datenbank also was ich zum beispiel sehr spannend fand das habe ich mal mit mit einem kurs den ich unterrichten durfte in lüneburg gemacht und zwar cultural mapping das heißt du hast eine landkarte und anhand der landkarte kannst du diverse locations personen events und so weiter eintragen und wenn du dir dann die landkarte anguckst also zum beispiel new york und du guckst dir an wo sind die ersten parties gewesen clubs welche rapper haben wo gewohnt und so weiter dann bemerkst du plötzlich a guck mal klar deswegen ist der rapper mit dem aus dem stadtteil gut connected weil das ist ein katzensprung und die sind immer zusammen den club gegangen deswegen haben die da auch drüber gerappt und so und für graffiti stelle ich mir das natürlich auch noch mal im speziellen besonders interessant vor weil du sehen kannst wer wo was wann gemacht hat und wer wann auftaucht und so das ist mit euren datensätzen dann auch alles möglich richtig ja das genau es gab auch mal einen studenten der wollte dass ich glaube der kam aus der informatik der hat sich auch eher dann für datenbanken interessiert und wie man diese lokalisierung diese lokalen informationen dann auch visualisieren kann der hat dazu eine arbeit auf jeden fall geplant und angedacht und sowas könnte man dann auf jeden fall machen dass man also die daten aus der datenbank raus sieht und sie dann irgendwie visualisiert in form von einem map oder so das könnte man auf jeden fall machen weil das auf jeden fall richtig spannend weil du dann wirklich ganz plastisch sozusagen fast schon dann dreidimensional auch ins 2d ist aber nachvollziehen kannst und sehen kannst okay guck mal hier gibt es häufungen also sozusagen so ein cluster weil diese cluster wiederum sind informationspunkte und und darüber werden informationen geteilt und dadurch bemerkt man dann von außen auch a guck mal deswegen kann man dann erklären warum bestimmte städte viel stärker ins kollektive gewissen sich reingesprüht haben als jetzt dann andere städte weil viel mehr anbindungen viel mehr aufteilung und solche sachen also das das finde ich auf jeden fall hochinteressant da bin ich sehr gespannt was da noch alles bei euch rauskommt weil theoretisch dieses basis material kann man dann ja zu ganz vielen dingen man braucht nur die idee und die kreativität dafür dann können da echt krasse sachen entstehen ja ja es wäre auf jeden fall auch spannend ich meine in heidelberg ist ja jetzt auch da das du ja auch schon drüber gesprochen ist ja auch geplant quasi einen eigenen lehrstuhl an der universität einzurichten der sich dann mit der erforschung von von hip hop eben beschäftigt und wir werden ja im juni ja auch auf einer auf einer tagung gewesen falk ich glaube du wärst auch dabei gewesen hatte ich gelesen das finde ich auch ein bisschen schade dass das jetzt wegen corona auf nächstes jahr verschoben ist aber da hätte man sich auch wunderbar mal irgendwie also connecten können mit alle die in diese richtung arbeiten und dann eben ja sich weiter irgendwie vernetzen und weiterdenken und was in heidelberg passiert das finde ich auch total total spannend auch mit dem mit dem museum und so und torch rum und so wie ist denn da der aktuelle stand wisst ihr das also wahrscheinlich falk du oder sven ne neuere informationen habe ich habe ich leider auch nicht ich habe nur öfter davon gelesen dass eben geplant ist und dass torch wohl auch schon einzelne gegenstände wohl überreicht hat aber wie es jetzt konkret weitergeht weiß ich leider nicht ich hoffe dass das ja zeitnah passieren kann also von dem lehrstuhl habe ich ehrlich gesagt das habe ich entweder wieder vergessen oder nicht gespeichert ist torch und toni haben auf jeden fall artefakte übergeben an das stadtarchiv das bewusstsein in heidelberg dass da etwas wichtiges kulturelles passiert ist für die stadt heidelberg und die region ist auf jeden fall schon mal gelegt das ist gut ich weiß dass es dieses auch europäische hip hop netzwerk gibt und ein lehrstuhl würde mich ehrlich gesagt aber im augenblick noch etwas überraschen weil ich sag mal so in dem wissenschaftssektor habe ich bisher ein bisschen den eindruck dass das geht noch langsam und zäh voran es wird es wird langsam besser aber ich hätte jetzt noch nicht den eindruck gehabt dass wir kurz vor einem lehrstuhl stehen für hip hop in deutschland das das wäre mir neu aber werde ich jetzt gleich mal googeln ich habe aber noch mal eine noch mal eine andere frage weil dieser punkt mit den datensätzen wenn die nicht vorhanden sind und du hast vorhin auch von diesem projekt oder von der idee gesprochen dass ihr einen antrag stellen wollte damit eine finanzierung bekommt und das auch zu öffnen für externe leute ist es denn vorstellbar und ist es überhaupt sinnvoll aus eurer also aus aus der forschungssicht heraus vielleicht so eine art offene sowas ähnliches wie wikipedia wo jeder seine sachen reinstellen kann und auch dann dazu schreibt was er denkt andere können es auch sehen und sagen nee moment mal diese keine ahnung bushaltestelle kenne ich die steht nicht in frankfurt die steht in berlin jetzt voll überspitzt aber gibt es ist sowas sinnvoll oder ist das dann zu vage als informationsquelle ja ich denke da da muss man halt glaube ich echt so ein system entwickeln dass man also dass das ist wie bei wikipedia irgendwie vielleicht funktioniert dass irgendwie so ein korrektiv gibt und dass man nicht sofort mal es ändern kann sonst würde das vielleicht immer so wie bei wikipedia auch früher dann sich jeden tag der artikel ändern und es gibt ja auch immer total unterschiedliche ansichten also wenn du jetzt mal mit leuten sprichst irgendwie dann wäre es aber ich denke es ist auf jeden fall sinnvoll halt irgendwie so ein so ein offenes feld ja zu haben und ist ja auch die frage ob ob die ja ob die leute jetzt selber darauf überhaupt haben quasi also wir haben die hoffnung dass das der fall sein wird ja ich meine ich meine erkennt bestimmt beide streetfiles.org oder klar das war mit abstand dass die stärkste datenbank die graffiti glaube ich weltweit jemals hatte und die sind die gibt es ja nur nicht mehr aus finanziellen gründen das war einfach ein aufwand der nicht mehr stemmbar war und so weiter die mussten das leider stilllegen das ding ich glaube die datenbank ist nach wie vor die besteht noch die gibt es sich die ist nur offline das wäre doch also ich meine dass das funktioniert das prinzip datenbank wo sich dann auch moderatoren administratoren um die daten auch kümmern teilweise eben das auch in ordner und vorder dann die user dabei helfen teilweise auch also die frage ob sowas funktioniert die brauchen wir uns glaube ich nicht stellen weil streetfiles.org war das perfekte die perfekte blaupause dafür ja das nur eben dass das da kein geld da war ne leider dann irgendwann weil die mal kannst ja vorstellen datenmäßig ist das ding das war ein datenmonster irgendwann das konnte keiner der etwas privat initiiert nicht mehr stemmen ja das interessante ist auch ich hatte auch mal ein interview glaube ich gelesen von den streetfiles leuten die sich damals auch so ein bisschen geärgert haben dass sie nicht analytischer rangegangen sind dass sie nicht so ein bisschen mehr struktur in der datenbank hatten ansonsten waren die ja ja wer das auf jeden fall wäre das eine super idee also quasi auch mit weiß nicht sind die bestände ja wirklich noch irgendwie ja auswertbar oder so ich glaube wir waren auch mal irgendwann relativ am anfang in kontakt auch gewesen ist aber schon länger her wäre es denn generell ist meine relativ einfache denke von mir jetzt ne so ihr habt ja eine förderung könnte man nicht einen wahrscheinlich minimalen teil von der förderung in irgendeiner form so auslegen dass so ein projekt wie streetfiles.org parallel zu dem was ihr macht funktionieren könnte damit ihr das als quelle nutzen könnte zum beispiel ich sage jetzt ich bin jetzt einfach mal rum ne kann man das nicht irgendwie in so eine in so eine förderung mit einbetten irgendwie ja das ding ist dass der antrag wurde jetzt schon bewilligt und so eine förderung die ist halt wirklich sehr sehr eng geknüpft an vereinbarung und du hast da eigentlich gar kein spielraum das quasi jeder jeder cent quasi ist ne für arbeitsstunden für den und den arbeitsschritt und das alles vorher komplett festgelegt natürlich kann es langfristig eben auch über dieses open archive ding eine super idee sein von dir da irgendwie in die richtung zu denken also die mit als partner irgendwie mit ins boot zu holen und vielleicht die finanzierung dafür dann zu nutzen das irgendwie am leben zu halten das wäre bestimmt eine super idee auf jeden fall das mal weiter zu verfolgen also jetzt in den in dem projekt ingrid ist es jetzt ja ist eigentlich schon alles soweit halt in dem vertrag sozusagen festgelegt und da sind dann die regeln schon leider getroffen aber das kann man trotzdem natürlich weiter verfolgen auch gerade in diesem open archive gedanken so ja stimmt du machst mir auf jeden fall hoffnung dass das funktioniert ich finde auch echt sehr schade dass die seite nicht mehr sind nicht mehr online das war das war wirklich eine katastrophe weil das war das ist an einem stand offline gegangen also an einem stand offline gegangen wo ich mir dachte oh mein gott ist das schade weil das wirklich das war unglaublich gut strukturiert es war sehr gut moderiert also das braucht man ja auch immer auf so einer plattform und das wenn es das heute noch geben würde ich weiß nicht wo die jetzt stehen würden also das ist unglaublich also wenn es da irgendeine option gibt ne halt das wirklich gern mal auf dem schirm das würde mir sehr also ich glaube da würden sich einige drüber freuen und das wäre auch für euch glaube ich relativ spannend ich muss jetzt noch mal ein paar kritische fragen stellen ja mich würde nämlich folgendes interessieren ich habe letztens so über flurfunk mäßig so horrormeldungen gehört dass graffiti also sachbeschädigungen gar nicht verjähren würde ist kann mir jemand von euch was dazu sagen also wenn du ich habe ich habe ich habe neben einem zweiten podcast der nennt sich supergau der podcast da gibt es mittlerweile zehn episoden die den mache ich mit einem rechtsanwalt für der speziell der auf graffiti spezialisiert hat nämlich der dr. patrick gau ja und darum ging es jetzt jetzt mehrfach die frage wurde zusammengefasst so beantwortet dass nach fünf jahren eine verjährungsfrist abläuft das heißt meine frage hat darauf abgezielt wenn ich mit einem oldschooler einen podcast machen bei elf graffiti fragen die mich als allererstes kriege ich denn probleme wenn ich jetzt über meine holkhaus von 2002 rede zum beispiel oder von 1999 so und deswegen habe ich die frage auch damals unter anderem gestellt und der anwahl rechtsanwalt hat die frage ganz eindeutig beantwortet nein okay also das heißt weil das wäre die nächste frage oder überhaupt weil wir die die datenbank und so das klingt sehr spannend aber wer hat zugriff darauf sind diese fotos alle älter als fünf jahre und wie kann ich als ziviler normaler interessierter bürger zugriff erlangen drei fragen in einem journalistisch scheiße fangen wir mal an mit dem anfang ihr habt die daten von der polizei für die ist es wahrscheinlich egal hast du trotzdem gibt es trotzdem irgendwie leute die wo du den eindruck hast die würden da gerne darauf zugreifen in der hoffnung irgendwie noch mal jemanden zu finden und zu verknacken also also gehen wir mal einfach mal davon aus da wird ein panel gemalt und da ist zwei tage später in der datenbank zu sehen bei ingrid mit verortung allen drum und dran vor der uhrzeit keine ahnung was da also zu und und im schlimmsten fall anführungsstrichen noch eine entschlüsselung der buchstaben weil es eben relativ schwierig zu lesen ist ne das ist ja der punkt wo dann die polizei wo die dann die ohren spitzen und sagen die nehmen uns hier gerade richtig arbeit ab das krasse ist ja dass wenn du ein foto mit dem handy machst da werden ja auch ortsdaten und viele andere daten noch potenziell mit gespeichert ja das ist aber das ist ein richtiger punkt den man ansprechen sollte aber in der heutigen zeit ist das sowieso nicht mehr zu vermeiden weil instagram den ermittlungs also den sonderkommissionen gerade momentan richtig viel arbeit abnimmt ne also das ist das ist leider so das bringt das ganze mit dich es hat auch viele positive seiten aber eben auch diese seite ok also sven das heißt äh was heißt das für euch habt ihr da hast du da irgendwie eindrücke oder ist weil ihr die daten eh dann in vielen teilen von der polizei habt ist es sowieso durch für die ja genau also die zu also rechtlich sind da wirklich echt keine 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 bedenken zu äußern die polizei stellt uns die bilder ja selber zur verfügung und die fälle sind alle abgeschlossen und wir bestimmen wenn wir jetzt irgendwie die sprache bestimmen oder die grammatische konstruktion da können die ja auch nicht dann mehr haben die ja keinen mehrwert davon so also da können wir denen auf jeden fall fall nicht helfen und die die ja auch für streetfights sind die bilder ja wahrscheinlich dann auch schon lange abgelaufen die fälle und das witzigste was ich mal hatte das war tatsächlich einen anruf vom jemand vom bau denkmal schutz aus paderborn und der hatte irgendwie einen fall also der ist irgendwie auch was google auf mich gestoßen also wenn du graffiti und paderborn eingibst kommst du relativ schnell bei mir raus und der hatte irgendwie einen fall da hat sich ein anwohner beschwert beim bau denkmal über die neue hall in paderborn das war echt ein spektakulärer fall äh der wollte dass das wieder rückgängig gemacht wird ähm weil das äh unter denkmal schutz stehen würde das war halt einfach nur eine verputzte mauer kann man sich vorstellen aber der typ war dann hat er echt angerufen hat gesagt ihr müsst das alles wieder 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 streichen wie es vorher war und und der typ vom bau denkmal schutz hat dann bei mir angerufen und wollte irgendwie ja quasi juristische beratung von mir haben wo ich auch gesagt so ja da bin ich der falsche ähm ruf mal beim herrn dr. gau an und dann habe ich auf deinen podcast verwiesen quasi ähm ja so so das war so mit das ähm sicherlich das spektakulärste was passiert ist aber ansonsten ähm ja können wir da das ähm ja zu rein wissenschaftlichen zwecken und ähm okay und wie kann ich jetzt da mal diese datenbank durchwühlen das ist eine praktische das ist eine praktische frage die ich auch gehabt hätte die ist wirklich spannend falk ja wie kann ich jetzt als privatperson profitieren wenn ich mich dafür interessiere ja das einzige was wir halt haben wir haben mussten halt dadurch dass es halt wirklich nur für wissenschaftliche zwecke ist und dass deswegen wir auch nur diese fotos bekommen haben und damit arbeiten können mussten wir halt eine kleine schranke quasi in die datenbank einbauen ähm und das funktioniert momentan über so ein uni account das heißt du brauchst schon eine uni mail oder ein uni account oder eine institution die daten den zugang beantragen kann und dann kannst du dich mit dem uni account einloggen und kannst dann frei recherchieren aber wir brauchten halt quasi eine absicherung damit nicht einfach irgendwer kommt und auch die bilder unterlädt damit vielleicht t-shirts druckt und was weiß ich was macht so also du brauchst halt so eine absicherung irgendwie dass du mit deinem login dann zusicherst dass du nur wissenschaftlich damit arbeitest dass forschungszwecke ja im vordergrund stehen und diese schranke brauchen wir halt noch das heißt wenn ich jetzt als als plattform islovegraffiti.de bei euch einen account anfrage dann bekomme ich keinen ja du bräuchtest eine uni genau login aber das gibt auch immer noch einen weg quasi das ja zu uns anzuschreiben und zugangsrechte zu erwerben das ging auf jeden fall auch okay ähm noch eine zweite praktische frage wie kann ich mir das denn vorstellen sitzt du da jetzt gerade vor einem rechner wo ich jetzt sage one abc münchen dann gibst du das ein und dann poppt alles auf von ihm ja so ungefähr könnte funktionieren also ein großteil unserer arbeit ist tatsächlich eben das annotieren wir sitzen dann wir haben so ein büro wo wir zu dritt sitzen sind ja insgesamt drei mitarbeiter in paderborn in der sprachwissenschaft und noch mal drei mk it in karlsruhe und da sitzen wir halt zu dritt und annotieren ganz früh material das war auch ja als wir volker mal aus paderborn eingeladen hatte äh der sagte dann irgendwie ja wie ihr sitzt hier den ganzen tag schaut euch graffiti an werdet dafür bezahlt wann kann ich bei euch anfangen so also das ja so halt so genau und wir können dann halt bestimmte suchanfragen starten oder lumit dann eingeben dann kommen eben die bilder aus münchen von ihm und äh solche sachen sind sind dann möglich genau und äh wenn ihr jetzt wenn ihr meinst du wenn ihr jetzt zum beispiel die sonderkommission in ich sage jetzt mal leipzig zum beispiel anfragt ne glaubt glaubt ihr dass das da genauso ich sag mal in anführungsstrichen einfach funktioniert dass die euch die daten herausgeben um sie dann in euer archiv aufzunehmen ja das ist ganz unterschiedlich war unsere erfahrung in mannheim war das ja was was ganz besonderes ich weiß nicht ob du die soko aus mannheim zufällig kennst die waren nach einer zeit relativ auch kann man schon sagen ein bisschen befreundet mit der szene ähm oder waren zumindest jetzt auch gar nicht so gegen grafit es gab sogar widmungen für die für die soko in mannheim an pies und so ähm ich glaube dass die 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 ja das hängt sehr stark von den von den leuten halt ab dass die unterschiede da sehr groß sind manche haben halt vorbehalte manche wollen die bilder nicht rausgeben andere sagen so ach wir irgendwie freuen uns wenn da noch interesse besteht und ich glaube das ist sehr sehr unterschiedlich was hörst du denn für begründungen wenn jemand die bilder nicht rausgeben mag ja ich selber war nicht dabei diese 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 rechtlichen fragen das haben dann haben unsere leitung quasi hat sich darum gekümmert ich weiß es nicht was was da dass da die gründe sein kann wahrscheinlich sind es vor allen dingen rechtliche gründe dass man halt äh angst hat dass da keine ahnung die fotos wo landen wo sie nicht landen sollen und es geht ja auch um persönlichkeitsrechte um datenschutz solche fragestellungen also die haben da ja auch schon großes vertrauen uns gegenüber gestellt nehmen sie diese bilder zur verfügung bekommt ihr dann die ganzen akten oder bekommt ihr nur die fotos das sind nur die nur die fotos okay was da was da was da was da für daten was da für persönliche daten da ist da nichts drin oder an persönlichen daten ja auf den fotos kann durchaus noch mal was dazwischen sein was man dann irgendwie entfernen ah ok gut dann entsteht da quasi auch aufwand ne bei denen genau aber das das haben wir dann quasi übernommen und haben halt zugesichert dass die bilder auf jeden fall das musst du halt auch zusichern dass da keine persönlichen daten mehr zu sehen sind das ist auch wie bei googles video kannst du das vorstellen da ist auch schon mal eine person auf dem bild oder so und die muss dann halt entfernt werden und die wird dann verpitzelt ich stelle mir gerade so vor wie so maler anträge stellen dass ihr scheiß geblurrt wird weil sie nicht ist es denn so dass ihr weiterhin auch immer versuchen werdet in kontakt mit sokos zu kommen und sie zu versuchen zu überzeugen also auch wenn ihr schon mal nein bekommen habt oder ist es so dass ihr die dann abschreibt und dann war es das ja momentan haben wir ja so viele daten dass wir eigentlich nicht hinterher kommen und gar keine anträge mehr mehr stellen würden weil wir wirklich so viel material haben noch was was zu bearbeiten ist wir haben noch ja weitere bilder aus aus münchen köln aus und dann halt diesen von einem privatsammler von einem spotter noch fotos und das so viel material das reicht dicke für glaube ich zehn jahre wahrscheinlich okay aber habt ihr denn erfahrungen in welch also nach welchen zeiträumen so eine polizei behörde gibt es da irgendwelche regeln bei der polizei nee also ab wann sie es löschen müssen oder sollen oder ist das nach deren persönlich gut dünkt also ich schätze mal nach zehn 15 jahren oder so wird es dann halt irgendwann auf jeden fall gelöscht weil es war früher waren es ja auch irgendwie dias und fotos und keine ahnung also wirklich analoges material und das nimmt ja auch platz weg und wenn die ich schätze sobald die eben verjährt oder aufgeklärt sind sind die dann halt werte wird das zeug halt entsorgt ne und gelöscht weil auch selbst auf dem server zieht ist ja irgendwie speicher und wird dann entsorgt krass ich überlege gerade wie man versuchen könnte das trotzdem zu retten aber also ihr habt halt schon so viel daten material aber hey mehr ist mehr ist das denn wäre wäre das einer eurer ansprüche das so komplex und so komplett wie möglich zu machen also ich fände es auf jeden fall ein großartiges ziel weil wir auch informationssystem graffiti in deutschland sind dass man auch die die wichtigen städte ne hamburg dortmund berlin und so dass man die ja irgendwie vertreten hätte um auch mal die städte vergleichen zu können und einfach so ein breiteres bild aufzeichnen zu können das wäre ich fände das ein sehr sehr wunderbares ziel ich hoffe die dfg sieht es genauso sag mal du du hast doch 100 pro mitgekriegt eine stadt wird bunt von deinem und einigen kollegen hier das projekt in hamburg wo sie sozusagen von 1980 bis 1999 dokumentieren was hier so los war die haben ja 30.000 bilder dafür gesichtet und die besten dann eben in dieses buch gedruckt weil du vorhin gesagt hast dass man in wissenschaftlichen arbeiten die fotos benutzen darf wäre ein projekt wie das was dein gemacht hat mit dem datenmaterial was dir vorliegt möglich also wenn es eine wissenschaftliche publikation ist wäre es durchaus denkbar auf jeden fall ja okay mal anders gefragt du hast vorhin gesagt wenn man in der lage ist sich eine universitäre e mail adresse zu besorgen könnte man zugriff erlangen gibt es so etwas ähnliches was man machen kann dass es eine wissenschaftliche publikation ist aber trotzdem genau so ein buch wie dein das mit seinen kollegen umgesetzt hat also es sollte jetzt kein graffiti kalender werden wo dann jeden monat ein anderes bild an der wand ist es halt wirklich für wissenschaftliche zwecke ist es zu nutzen und wenn du eben eine geschichtliche publikation machst zur entstehung von graffiti in in meyheim zum beispiel dann wird es da sicherlich möglichkeiten geben also das ding ist also ich meine im grunde das was daim in dem buch mit den kollegen gemacht hat oder doch das was rené gemacht hat mit der serie ist ja also es ist vielleicht nicht im eigentlichen klassischen sinne wissenschaftliche arbeit aber es ist ja schon historisches aufarbeiten erklären erläutern dokumentieren fällt das unter wissenschaftliche arbeit oder weniger ja ich habe das buch jetzt nicht gelesen aber es ist ja schon geschichtswissenschaft kulturwissenschaft das kann man ja schon so bezeichnen also ich habe es leider noch nicht hast du schon ist es schon draußen eigentlich eigentlich müsste nicht was jetzt meinst du eine stadt wird bunt ja nee 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 das ist noch nicht draußen okay ich dachte das ist im märz okay ja dann keine ahnung vielleicht ein auch ein paar coronaprobleme wer weiß das könnte ich mir auch gut vorstellen dass es ein bisschen daran liegt ja aber es ist noch nicht draußen es ist auch noch nicht angekündigt wann es draußen seit ich gehe von aus es wird wohl noch ein bisschen dauern okay aber du kennst ja nicht wir sind ja jetzt nicht die einzigen die sich damit beschäftigen es gibt ja auch noch graffiti archiv in berlin graffiti archiv.org gibt da ja einige die an eurer an eurer datenbank entweder interessiert sind oder sogar einer kooperation interessiert wären deswegen frage ich das auch immer wieder in die richtung weil natürlich allen eigentlich ein anliegen sein müsste dass man nicht irgendwie 5000 verschiedene archive und datenbanken hat sondern im besten fall halt eine weißt du ja es wären auch wäre auf jeden fall super wenn man wenn es eins geben würde was ich was sich durchsetzt klar dass wir waren auch schon viel mit dem archiv der jugendkulturen im graffiti archiv in berlin auch schon in kontakt und man hat sich öfter auch mal auf workshops getroffen und mit ja sich mit verschiedenen einrichtungen ausgetauscht und das ist jetzt in zukunft auch wie gesagt mit diesem open archive hat die idee dass dieser austausch noch intensiver wird dass man halt guckt wie kann man sich vernetzen wie kann man auch das vielleicht zusammenlegen und ja kompetenzen vor allen dingen auch bündeln und zusammenarbeiten das ist auf jeden fall weiter geplant und sollte auch echt intensiviert werden weil ich sehe das ja ähnlich wie du dass sehr viele chancen hatten es vielleicht besser ist zusammenzuarbeiten in die richtung ja im laufe der letzten podcast mit dem dr gaunen mit dem patrick gaunen sind immer wieder über den punkt gestolpert dass er aber auch viele andere anwälte die sich darauf spezialisiert haben in deutschland argumentationsprobleme als erhebliche argumentationsprobleme haben was die doppelbelegung von tech namen angeht und es gibt da keine gutachten die ziehen momentan es gibt auch keine studien und wir haben unseren hörern eigentlich versprochen dass wir dahingehend zumindest eine studie anschieben selber machen können wir es nicht aber die studie anschieben jetzt habt ihr bestimmt in eurer datenbank auf abruf wenn ihr den namen ich sage jetzt mal zum beispiel soul eingebt wahrscheinlich ganz ganz viele soul tags und pieces dass man könnt ihr euch vorstellen dass man für so eine studie zusammenarbeiten könnte weißt du ja das ist ja für uns auch auch ein methodisches problem manchmal es gibt ja echt sowas wie wisk soul hate oder so einfach worte die immer wieder als namen verwendet werden und es ist relativ eindeutig dass es nicht die gleichen sind wahrscheinlich aber du kannst auch schwer irgendwie fest feststellen ja kann man mal kann man mal drüber drüber reden so okay cool dann ja falk du hast auch bestimmt hast du noch eine frage eine frage habe ich nicht aber also vielleicht doch eine kleine im grunde ist es so dass auch wenn ihr jetzt schon drei jahre am start wart aber das ist ja noch ganz viel auch grundlagenarbeit würdest du sagen ihr befindet euch mit dem projekt immer noch in einer 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 völligen anfangsphase und habt aber natürlich selber das ziel des größer zu machen und auszubauen und dementsprechend auch die die interaktion mit der straße oder noch viel besser der schiene ist schon sehr gewünscht bei euch das verstehe ich dann richtig oder ja das auf jeden fall gerade langfristig dass das projekt soll ja auch über das projekt ende hinaus bestehen da muss man sich auch dann überlegen wie macht man das wer kümmert sich um die datenbank wie wird die weiter gepflegt und solche fragestellungen und wir sind jetzt klar wir sind mindestens seit 2010 auch glaube ich schon dabei über den gegenstand nachzudenken und also schon seit zehn jahren quasi und das projekt läuft jetzt seit drei jahren und jetzt haben wir noch mal für drei weitere jahre eine verlängerung bekommen und werden zusätzlich dann eben auch nebenher noch versuchen das ja den kontakt mit der szene weiter zu suchen eben mit anderen archiven mehr zusammenzuarbeiten das auf jeden fall sehr sehr gewünscht und jeder der der lust hat der kann mich auch gerne anschreiben und scott spencer auf facebook oder instagram oder so oder offiziell über die e mail adresse an her niemanden das geht natürlich auch jeder wie er halt wie er halt möchte so also wir sind sehr offen haben auch bisher echt sehr positive erfahrungen damit gemacht und haben bock das noch zu vertiefen und ja das weiterzuentwickeln dass wir irgendwann ganz europa dann in der datenbank haben also und es vielleicht mal weil um das betten ein bisschen besser vielleicht noch verstehen zu können in diesem wissenschaft sektor ich weiß dass ich weiß dass daher weil ich einen kollegen habe der im astrophysik sektor unterwegs ist und er hat mir das mal so erklärt und ich gebe das mal wieder wenn du kannst mich unterbrechen wenn ich was falsch mache aber es ist so dass man halt in diesem wissenschaft sektor anträge schreibt es gibt auch sogenannte calls also das von außen gesagt wird okay wir würden gerne in die und die richtung was bewerbt euch mal mit euren vorschlägen diese diese bewerbungen sind im grunde eine eigene wissenschaft für sich weil die sehr komplex und schwierig und wie formuliert man das und also ich kenne leute die dann über ein halbes jahr bis ein jahr an so einem antrag gearbeitet haben dann wird er halt rausgeschickt dann hofft man natürlich dass man gewinnt wenn man den gewonnen hat dann kriegt man eine finanzierung für drei jahre über einen betrag und nach drei jahren ist es aber so dass sich immer wieder die frage stellt okay ist dieses projekt dann damit beendet ist war es das dann oder sind wir in der lage weil das ist ja immer im interesse der projekt startenden und machenden dass das projekt auch weiter leben kann darüber hinaus aber die finanzierung ist immer ein problem und warum ist das so tricky auch was wenn vorhin gesagt hat dass man dass man nur das machen darf was man auch in den antrag reingeschrieben hat es geht ja halt um unser geld das ist ja steuergeld und dementsprechend muss die die forscher müssen minutiös nachweisen was sie ob sie auch wirklich das mit dem geld gemacht haben was sie gesagt haben und so weiter und so fort und deswegen ist es so kompliziert komplex und schwierig weil eben kein steuergeld veruntreut verschwendet und sonst irgendwas soll ist das insoweit richtig sven ja das gehört auf jeden fall dazu also so ein zusammenantrag da gehört echt sehr sehr viel arbeit dazu und du hoffst natürlich dann immer dass es weiterläuft und wartest dann woche für woche ob eine antwort kommt und im endeffekt ja müssen es entscheidend ist dann die gutachter irgendwie und gerade mit graffiti ist es ja auch echt nicht so leicht muss man sagen also du überzeugst jetzt auch nicht jeden davon graffiti jetzt irgendwie zu erforschen und das als gegenstand der linguistik oder der kunstwissenschaft zu machen da gibt es ja auch viele die sagen würden auch graffiti leute ernsthaft so also da muss halt echt viel viel glück haben arbeit leisten und das das beste war halt jetzt dass unser projekt auch verlängert wird das ja wirklich auch ein gutes zeichen also die hätten ja auch sagen können ja drei jahre reicht jetzt aber auch jetzt graffiti drei jahre okay und aber jetzt haben sie das noch mal verlängert um drei weitere jahre und das war natürlich ein ja ein super zeichen und ja du musst halt eben vorher genau festlegen was du machst das finde ich auch irgendwie finde ich auch in ordnung weil es ja auch um viel viel geld geht und das musst du halt dann sicherstellen dass du das auch richtig einsetzt und genau das haben wir haben wir haben das glaube ich richtig gemacht und gut genutzt deswegen haben wir jetzt die verlängerung auch bekommen und hoffen natürlich dass es langfristig auch in irgendeiner form dann weitergehen kann die datenbank wird ja auf jeden fall online bleiben die wird dann vielleicht über die universität paderborn oder so die bibliothek wird es weiterlaufen oder so das ist auf jeden fall gesichert dass es dann nicht nach diesen zweiten drei jahren dann irgendwie dann einfach dass sie den stecker ziehen oder so sondern dass das weiter genutzt werden kann ist ja auch wichtig wenn du jetzt eine qualifikationsarbeit schreibst und plötzlich sind die bilder nicht mehr da dann ist das natürlich blöd und also da ist es auch auf jeden fall das ziel langfristig zu halten genau cool dann euch beiden vielen vielen dank für die zeit das war jetzt sehr aufschlussreich und ich glaube ich bin jetzt wirklich schlauer was das projekt angeht vielen dank auf jeden fall auch für die einladung es war sehr auch ich höre den podcast sehr sehr intensiv habe glaube ich fast jede folge irgendwie gehört ist auch super dass du sehr sehr breit sehr breit aufgestellt bist du mal den anwalt mal den galeristen und dann das finde ich ja sehr sehr aufschlussreich und man lernt immer noch was dazu auf jeden fall den hiphop journalisten ne falk alle mal dabei ach stimmt falk war ja auch schon da und check mal die mixtapes von sven aus unter katz benzer das steht alles auf soundcloud es ist auf jeden fall unterhaltsam wie gesagt ich feier das was für bescheuerte deutsche vocals von schallplatten du gefunden hast und da verbrezt und so finde ich richtig gut ja der der reingold song war ja auch schon auf einer ausgabe dabei den du vorhin angesprochen hat das bunte graffitis den hatte ich auch als ich den entdeckt habe den habe ich dann früher immer auf unseren graffiti jams hier in paderborn aufgelegt hat auch immer super funktioniert das ding die leute sind erst mal so stehen geblieben noch nicht alle kannten den dachten so ist das denn für ein geiler song so hat so ein neue deutsche welle ding aus den 80ern bunte graffitis kreuz und quer durch die cities so beste line ever so und es gibt ja noch einen von lust hansa glaube ich ne kennst du den auch ja traumsprayer oder so ja irgendein traumsprayer genau der ist auch ziemlich nice okay dann werde ich mal einziehen wir können uns gegenseitig mal so schlechte 80er graffitis songs in die whatsapp gruppe ballern okay wir machen einen eigenen podcast falk deutsch warum nicht also ich meine es ist natürlich irgendwie skurril und es hat nicht direkt was mit hip hop zu tun im eigentlichen sinne aber ich finde gerade das ja wiederum faszinierend wie sozusagen nicht hip hopper auch auf so etwas reagieren und wie sie das verarbeitet haben so stefan wagershausen hat zum beispiel auch so ein sprayer song er bezieht das aber eher so auf diese liebes graffiti keine ahnung so irene ich liebe dich diese dinger die man früher mal gesehen hat heute traut sich das ja irgendwie auch gefühlt gar keiner mehr ich glaube viele gehen echt nicht mehr an die wand weil sie weil sie weil sie toys sind und also ich sehe sowas auf jeden fall weniger früher in meiner jugend habe ich mehr so komische grütze gesehen ja cool hat mich auf jeden fall gefreut ja ich muss jetzt unbedingt was essen also ganz kurz noch mal abschließend dieses ja das kam jetzt wirklich erst über den podcast so richtig raus weil ich hatte das vorher gar nicht auf dem schirm aber diese nummer mit street files ne sven lass uns da mal versuchen dran zu bleiben weil ich glaube a die wir zum laufen zu kriegen und b im besten fall irgendwie in irgendeiner form in verbindung mit euch würde irgendwie gefällt mir die idee ja mir gefällt ja auch ziemlich gut muss ich sagen wir können ja noch mal irgendwie die tage noch mal schreiben oder so ja okay cool cool vielen dank danke euch es kann sein dass rückfragen kommen weil sie werden kommen zu dem podcast wenn dann ja ich bin jederzeit zur verfügung du kannst mich anrufen oder mir eine e mail schreiben ja nur einfach weiterleiten oder genau nice auch wegen der studie da zur doppel belegung von tech namen werde ich mich auf jeden fall noch mal bei dir bei dir zucken dann vielen dank gut guten hunger falk danke wir hören uns vielen dank bis dann tschüss tschüss tschüss